Maji im Katzen-Test. Also trauen tue ich ihr nicht, hundert Prozent, aber jetzt, dass sie so auf die Katze losfährt, wie es uns fast erwartet haben, ist jetzt auch nicht passiert. Das ist ein russer. Ja, das ist die Tollamitschitze. Maji ist klein, etwas zu dick. Es ist 45, also keine 50 Zentimeter, niemals hoch. Na komm Maji, nicht mal zum Katzen. Also die Katze interessiert sie echt nicht wirklich. Magi! Ja, die Katze sitzt hinter ihr, aber wir kriegen sie gar nicht dahin überhaupt. Das ist mein wunderbarer roter Kater, der echt wirklich die Nase von der Fräule hat. Na komm Maji! Na komm Maji! Oh Gott, da ist die Maji. Also Katzen sind echt anscheinend kein Problem. Das ist der Halifax und wir haben jetzt die Maji mit ihm zusammengesteckt. der freut sich wie ein Schneekönig. Und die Maji ist auch nicht so angeneigt. Maji! 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 Vielen Dank.